Moin sehr ihr Füchser da draußen und willkommen zu Kimfuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu World of Warcraft Battle for Aetheros. Im letzten Part haben wir uns in den Minen voller Spinnen herumgetrieben und uns eine neue Waffe zusammengeschmiedet aus dem Silber, das wir dort gefunden haben, um uns nun gegen diese verhexten, behexten Wesen hier durchzusetzen. Und ja, da machen wir jetzt mal mit dem Mund damit weiter, würde ich sagen. Ist richtig, richtig Action. Hallo, 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 hallo. Hier wäre eigentlich jemand, den wir vertrüben würden. Wenn der oder sie oder es denn hier wäre, aber da ist keiner. Wenn du das sagst, würde das so sein. Wir machen mal hier munter alles kaputt, was geht und warten, bis dann jemand respawnt. Das ist, glaube ich, das, worauf wir warten. Einwohner untersuchen. Oh, da ist sie ja. Hallo. Was auch immer. Ich kümmere mich um dich. Oh, jetzt hat sie auch noch plötzlich einen Raben dabei. Hier, ich will die sechs bitte einmal haben. Danke. Oh, die erste haben wir damit schon mal kaputt. So, ja, hier, du, das ist aber nicht nett von dir, Raben. Was soll ich dir dazu sorgen? Was soll man dir dazu sorgen? So, alles einsammeln, kaputt machen, weiter geht's. Wir kommen jetzt primär erst mal um diese Schwestern. Und, ja, gucken wir nochmal weiter. Hier ist noch eine Bewohnerin, ein paar Kartisten. Wir müssen eh Leute umbringen ohne Ende, weil wir das Bonusziel ja erreichen wollen. Und dafür hilft nur, töten, 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 looten, 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 sammeln, sammeln, sammeln. Somit schlagen wir uns jetzt mal gemütlich durch die Stadt. Und töten, behexte Kartisten, auch wenn es mir leid tut. Wir müssen hier gegen unsere eigenen Leute kämpfen. Aber sie sind nicht mehr zu retten. There we go. So, was war das denn für Gelache hier? Yeah. So, wir finden immer noch andenken, das ist nett, das ist schön. Hier geht's wieder raus. Ja, beeilen. Wuhu. Hat es jetzt gezählt? Ne, hat nicht gezählt. Da ist die nächste Matronen. Boin. Na? Geil, die da. Jo, war doch immer, ne? Guck mal hier. Ich hab dir mit meiner Kanone ins Gesicht geschossen, aber du lebst immer noch, weil du doch einiges aushältst, aber ist kein Problem. Ist kein Problem, wir kümmern uns drum. Was hast du gesagt? Nein, nein, doch, nein. Was nun? Sie ist unentschlossen. Jo, wenn du das sagst. Hallo, was ist denn hier los? Findest du das nett, während ich hier, ne, mich drum kümmere, mich mit einer Armbrust zu beschießen? Ich find das gar nicht nett. Ohne euch wär ich nicht mehr. So sieht's ja aus, ne? So, warte, hier gibt's irgendwie noch was Questmäßiges da vorne. Hallo, ja? Oh, wieder ein Draff. Oh, jetzt haben wir leider noch mehr Leute angelockt. Ist aber nicht das Problem. Wir schaffen das schon. Einfach machen und überleben, das ist das Wichtigste. Wir sind auch nicht alleine hier, insofern wird schon werden. Oh, wenn sie das sagt, gibt's irgendwo was Questmäßiges. Hier ist wieder das dicke Wildschwein, das kennen wir, glaube ich, auch schon. Hallo. So sieht's ganz schön dick aus. Mal sehen, ob wir den auch alleine schaffen. Er sieht schon etwas fett aus, muss ich sagen, aber wir versuchen's mal. Vollgefressener Ewa, ja? Er sieht wirklich sehr vollgefressen und sehr zufrieden aus. Und ein bisschen dick. Er macht hier irgendwelche Sachen. Ne, nicht so nett. So, immer weiter drauf, ne? Immer weiter fest drauf. Oh, gib mal zur Seite hier, yo. Besser ist das. So, hier mal eben looten. Dum 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 dum. Dankeschön. Sehr gut. Da ist die Questgeberin. Hallo? Jemand zu Hause? Jo, moin, Toro. Meine Klinge ist bereit. Stinkende Zuflucht. Oh gut, vielleicht könnt ihr in dem hier einen Sinn erkennen. Ich habe gerade eine Schneise in die Handlanger des Zirkels gemäht, als ich über dieses Feld gestolpert bin. Irgendwas hier hat sie alle einfach umgehauen. Ich kann die Ursache nicht finden, aber vielleicht habt ihr mehr Glück. Ich bin daran gewöhnt, auf Dinge einzuschlagen, statt sie zu untersuchen. Untersucht, was die Diener des Zirkels auf Hockesbeet ausgeschaltet hat. Wir sehen uns auf dem Schlag. Das Rätseln überlasse ich dann mal euch. Ich habe noch Zirkelschäden zu knacken. Jo, mach du da mal, ne? Ich habe das Gefühl, es könnte dieses... Dieses Ding sein. Dieses stinkenden... Stinkenden Ding, ja. Gehen wir mal ins Haus rein und gucken, ob wir da was finden können. Wartet, wie seid ihr... Hey, ihr seid keine von denen, oder? Nee, nee, wirklich nicht. Ich bin... Ich bin lieb. Hallo. Wir sehen hier nicht viele Reusende. Ihr seht nicht so aus, als ob ihr mit dem Zirkel im Bunde steht. Also was macht ihr in Chorlach? Quest BN. Bevor ihr fragt, ja, das ist mein Hof und nein, ich werde ihn nicht verlassen. Wenn ihr mich fragt, ist das hier der sicherste Ort in ganz Drust war, solange die Zwiebeln wachsen. Durch die Verteidigung fressen. Ich bin nicht sicher, wieso das so ist und es ist mir eigentlich auch egal, aber aus irgendeinem Grund kann der Zirkel sich meinem Zwiebelfeld nicht nähern. Solange mir genug der Pflanzen bleiben, kann ich mich hier, solange es sein muss, verschanzen. Leider hatten die Eber dieselbe Idee und fressen jetzt meine Ernte auf. Wenn sie so weitermachen, ist bald nichts mehr da, um den Zirkel fernzuhalten. Wenn ihr mir den Gefallen tut und ihre Zahl etwas ausdünnt, dürft ihr gerne ein paar der Zwiebeln mitnehmen. Tötet achtgefräßige Eber auf Hockes Beet. Offensive Ernte Ihr wollt also mit dem Kronsteig-Mädchen den Kampf gegen den Zirkel aufnehmen, ja? Vielleicht könnt ihr euch deren offensichtliche Abneigung gegen Zwiebeln zunutze machen. Während ihr draußen auf den Feldern seid, hattet Ausschau nach Zwiebeln, die sich aus dem Boden wölben. Sie sollten ungewöhnlich aromatisch sein und unter den Dienern des Zirkels Krämpfe auslösen, wenn ihr sie bei euch tragt. Nehmt nur nicht zu viele mit ein, verstanden? Ich brauche noch genug auf den Feldern, damit mein Hof geschwitzt ist. Sammelt sieben aromatische Zwiebeln von Hockes Beet. Möge sie den Zirkel holen. Ich muss die leider kaputt grübeln, das hilft nix. So, einen von acht, ach du meine Güte. Und hier sind ein paar Gewölbge Zwiebeln, eben mal mitnehmen. So, das ist die erste von sieben. Noch eine zweite. So, da ist noch eine dritte. Ich klau ihm die mal vor der Schnauze. Da wird der Aggro, klar. Das hat ihr nicht gefallen, hä? Ja, hab ich mir schon fast gedacht. So, weiter geht's. Guten Tag. Plündernder Eber getötet. Guten Tag. Guten Tag. Das sind die Zwiebeln, die sehen schon wirklich sehr massiv aus. Ich glaube, mit einer solcher Zwiebeln könnte man locker drei Zwiebelkuchen belegen. Ohne Spaß. Oder jede Menge Flammkuchen machen. Du, ich klau dir mal die Zwiebel direkt vor der Snooze wieder, hä? Ja, gemopst. Gemopst ist nicht gut für eure Figur. Super, ohne Spaß. Außerdem stinkt man dann ganz ewig aus dem Hals. Ist doch nicht schön. Oh, kann dir doch nicht gefallen, du. Kann doch nicht. Du hast ganz schön Akku gewonnen, so am Ende jetzt noch, ne? Muss man echt sorgen. So, dann klau ich dir jetzt wieder eine Zwiebel. Und gepflückt. Ja, gemopst. Du musst ja nun nicht wirklich gleich so aggressiv werden, ja? Glücklich jetzt mal nicht. So, und dann sammeln wir uns die auch noch hier weg. Zack. Warte, ich kann hier die sechs. Die sechs, die sechs. Nutzen, was geht, ne? So, ein Eber noch. Und wie viele Zwiebeln noch? Eine Zwiebeln noch. Dann nehmen wir wieder einen und klauen ihm die. Das ist so eine gute Kombi. Erst Zwiebelmopsen, dann Eber töten. Alles Tutti. Abgeschlossen. So, der Eber ist des Todes. Bitte entspannen, ja? Dann wollen wir mal abgeben. Hallo. Das sollte eine Weile reichen. Danke für eure Hilfe, Fremde. Jo, man tut, was man kann, ne? Habt ihr ein paar Gude gefunden? Ich muss sorgen, ne? Oh, die sollten euch gute Diense läusen, ne? Wirkungsvoller Schutz. Doch, bitte. Ich habe die Zwiebeln ordentlich für euch gebündelt. Richtet Fräulein Kronstag meine Grüße aus, ja? Ihre Verbündeten sind jederzeit auf meinem Hof willkommen. Bringt die Tasche mit aromatischen Zwiebeln zu Luzeller Kronensteig an der Wachmannshöhe. Auf fauler Ernten wachsen nach. So sieht das aus, vor allen Dingen Zwiebel ernten, ja? Die sind immer faul. Faul und stinkig. So, wir kümmern uns weiter drum. Und mucken wir unseren Weg wieder nach oben. Oh. Okay, erstmal kümmern wir uns um den vollgefressenen Eber offensichtlich. Kann ich den auch abschießen? Boom. Ja, doch. Bringt nicht so viel Damage, aber lustig was trotzdem. Dann können wir uns mal ausweichen hier. So, dann kriegst du jetzt noch die 6 rein. Und noch die 7. Und noch mal die 7. Und dann arbeiten wir uns durch unsere Rotation durch, würde ich mal sagen, ne? Oh, ich will ausweichen. Oh, irgendwie habe ich gerade nichts mit der Knöpfe. Musst du hier immer so Bodeneffekte machen? Ist ja mega nervig. Guck mal, ich kann wieder schießen. Woo. So ein dicker Eber hält schon ein bisschen was aus, ne? Jo. There we go. Nur also, das hat sich doch gelohnt. Das hat sich doch gelohnt. So, jetzt müssen wir jetzt da hin. Da ist noch eine von diesen, von diesen Dormen. Die wir wegmachen müssen, in diese Richtung. Und unterwegs können wir ruhig noch den Wegs, den Bogenschütz, den Export machen. Hilf für Ornex hier, ne? Hilf für Ornex. Wir müssen diesen Ort wieder zurückerobern. Boah, musst du jetzt hier noch so ein Vogel mit sich bringen? Also jetzt wirklich, tu das denn, no. Dass du hier die arme Natur mit reinziehen möchtest. Du hast doch gar nichts getan, die Natur. Oh, ist der fett. Na gut, äh. Wir hoffen da lieber doch mal drauf, ne? Besser ist das. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. So, bitte einmal. Ja, genau. Dankeschön. So, weiter geht's. Irgendwo, da hinten steht sie. Oder er oder er. Was ist das denn? Ein verfluchtes Bildnis. Jede Menge verfluchte Bildnisse. Ich werde mal kaputt machen, die ganzen Dinger. Ich kümmere mich erst mal um die Bildnisse. Ja. Was ist denn los? Kommt dieser Hund jetzt her? Oh, du Spaß. Spaß. So, kann ich jetzt das Bildnis bitte kaputt machen? Dankeschön. Und da angelt einer. Jo, gönnt ihr mal, ne? Die ganze Stadt ist im Arsch, aber hier wird erstmal entspannt geangelt. Man muss sich auch mal um die Bildnisse herum platziert, weißt du, wird dann schön geangelt. Wieso auch nicht? So, ich gehe jetzt mal wieder zur Matronin. Die sieht aber auch echt unschön aus. Erinnert mich ein bisschen an diese, ähm, Knusperweiber da von Witcher 1. Okay, los geht's. Ist ja richtig Stress jetzt mal. Ist dir was los hier? Hier kriegen wir echt mal ein bisschen Damage jetzt. Diesmal tut es auch mal ein bisschen weh hier. So viele Gegner. So viele Gegner. So ihr Schnuggis. Seid ihr dann gleich mal kaputt? Waren nicht gern's, aber gleich. Vielleicht brauche ich so lange, bis die tot sind, dass die Patronin, Matronin da wieder respawnt, ja? Haben wir es dann jetzt ja auch sehr schön. Eben looten, so. Habe ich gut gemacht. Da ist sie wieder. Oh, nix wie weg. So. Was müssen wir denn noch machen? Äh, persönliche Andenken finden. Okay, wir müssen noch persönliche Andenken finden. Dabei können wir heute ein paar Leute umbringen. Hilfe, nix. Ist sonst noch was? Nee, ne? Ich bringe die Tasche zurück. Blumen platziert. Noch keine. Und den Kopf müssen wir noch finden. Können wir die einfach kaputt machen hier, die Bieser? Puff. Wir wollen einfach mal ein paar Splitter, die da kaputt prügeln. Zack, läuft doch. Looten, jawoll. Okay. Sieht irgendjemand noch Andenken? Irgendeiner Form. Die hau ich erstmal kaputt. Jawoll. Andenken wahrscheinlich primär in der Stadt. Da, wo Leichen rumliegen, so wie diese da vorne. Hallo. Ich bin hier am Andenken sammeln. Wäre nett, wenn ihr euch verpieseln würdet. Fühlt sich gut gefühlt. Oh, Leute, ne? Immer munter drauf. Oh, immer munter drauf. So. Okay, haben wir ja auch fertig. Das Bonusziel ist erreicht. Das ist auch selten, dass das Bonusziel mal vor dem eigentlichen Ziel erreicht ist. Das kann ich nicht mehr looten. Ich brauche nur noch Andenken. Wir müssen jetzt nur noch ein paar Andenken finden. Das hilft nix. Da vorne ist noch jemand, der da so rumliegt. In den Häusern wahrscheinlich auch. Ich gehe mal nicht. Ne, da kann man nicht reingehen. Also hier, wenn wir eben untersuchen. In das Haus muss man doch auch irgendwie reingehen können. Ja, das ist abgeschlossen. Ne. Das Haus kommen wir nicht rein. Die Mutter. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Die Mutter? Die sind hier denn nicht richtig? Oh, es ist wieder so weit. Es ist wieder so weit. Unglaublich. Erstmal Stop drücken hier. So, ihr Lieben. Werden wir uns um diese zwei netten Gestalten eben noch kümmern. Ich bedanke mich hier an dieser Stelle schon mal bei euch fürs Zusehen. Der Honk redet. Ihr wisst, was es bedeutet. Wir machen so einen kurzen Break hier. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Und gucken, dass wir den letzten Quest hier eben noch erfüllen. Bis dahin. Euch erstmal viel Spaß beim Zocken. Tschüss. Euer Blaufuchs.